Wenn man zurückdenkt, und das tut man im Alter gern, und alles wie mehr an die schönsten Momente im Leben. Und sich träumt, eine Märchenfee kennt plötzlich, die sagt dir, du hast einen Wunsch vergeben, was willst du noch mal erleben? Ja, da kommt einem nochmals in den Sinn, liebe Fee. Viel hat sich gelöscht im Laufe der Jahre, ist durch die Masche gefallen, ist unwichtig geworden. Aber ein Erlebnis, das ist nicht zu löschen in meinem Erinnerungsschatz. Geburt von meinem ersten Kind, das heisst, nicht unbedingt Geburt, sondern der Moment, wo ich heimkomme aus dem Spital, das kleine Bündeli war, ein Bündeli, wo schnauft, ein Hempfeli leben, mit Sorgfalt und Vorsicht heimtreibt, ins lang vorbereitete Bettchen gelegt, ein Menschchen, ein Neues, wo zu uns gehört, zu mir, und immer wieder in der Nacht schauen und hören, wie es schnauft, wie es lebt. Das nochmals erleben, liebe Fee, wenn du wiederkommst. Das nochmals erleben wäre mein Wunsch. Danke. Applaus Applaus